Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 18. Dezember. Israel-Flagge vor dem Hessischen Landtag beschmutzt, der SVW in Wiesbaden erkämpft sich ein Unentschieden gegen St. Pauli und eine neue Studie zu veganer Ernährung. Das und mehr gibt es heute im Podcast. In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte die Israel-Flagge vor dem Hessischen Landtag in der Wiesbadener Innenstadt mit roter Farbe beschmutzt. Nach Angaben der Polizei wurden die Schmierereien am Samstagmorgen gegen 9 Uhr entdeckt. Die Suche nach dem oder den Tätern laufe nun, jedoch gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Hinweise. Die Flagge, die nach Entdeckung der Tat entfernt und gereinigt wurde, hängt mittlerweile wieder vor dem Landtag. Schmierereien mit roter Farbe hatte es auch schon am vergangenen Wochenende in der Stadtmitte gegeben. Das nahegelegene Mahnmal am Michelsberg, das an die Ermordung der Wiesbadener Juden in der NS-Diktatur erinnert, ist am 8. Dezember mit zwei Hakenkreuzen in roter Farbe beschmiert worden. Die Stadt Wiesbaden hatte auf Anfrage mitgeteilt, dass die Gedenkstätte künftig stärker bestreift werde. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt werden. Der SVW in Wiesbaden erkämpfte sich ein beachtliches 1-zu-1-Unentschieden beim FC St. Pauli. Die erste Halbzeit verlief weitgehend ereignislos, was teilweise auf den zwölfminütigen Stimmungsboykott der Fans zurückzuführen ist. Der Boykott war eine Reaktion auf den möglichen Investoreinstieg bei Fußballclubs, beschlossen durch die DFL. Trotz einiger Chancen für St. Pauli konnte der SVWW mit einer soliden Defensive und wichtigen Paraden von Torwartstritzel das 0-zu-0 bis zur Pause halten. Die zweite Halbzeit begann mit einer Choreografie der SVWW-Fans und einem schnellen Tor von Marcel Hartl für St. Pauli. Trotz des Rückstands zeigten die Wiesbadener Charakter und kämpften sich zurück ins Spiel, gekrönt durch den Ausgleichstreffer von John Iredale in der 85. Minute. Die wegen Schneebruch geschlossenen Friedhöfe in Bierstadt, Delkenheim, Hessloch, Iggstadt, Kloppenhaurod, Nordenstadt und Sonnenberg sind wieder uneingeschränkt geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Auf dem Waldfriedhof in Dotzheim sowie auf den Friedhöfen in Medenbach und Rambach werden noch letzte Aufräumarbeiten durchgeführt. Sie bleiben für Besucher noch geschlossen, Bestattungen sind aber möglich. Die Stadt geht davon aus, dass bis Anfang dieser Woche auch diese Friedhöfe wieder geöffnet werden können. Auch auf dem Nord- und Südfriedhof wird noch gearbeitet. Einige Bereiche sind gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Dort besteht Lebensgefahr. Durch den massiven Schneebruch haben die Baumbestände erhebliche Schäden davon getragen. Betroffen von den starken Schneefällen waren 13 von 21 Friedhöfen in Wiesbaden. Der Deutsche Rat für Rechtschreibung bleibt bei seiner ablehnenden Haltung gegenüber Genderzeichen in geschriebenen Texten. Nach einer Sitzung in Mainz betonte der Rat, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll. Allerdings sei dies eine gesellschaftliche Aufgabe, die nicht mit Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden könne. Die Verwendung von Gendersternchen, Doppelpunkt, Unterstrich und Binnen-I ist also im geschriebenen Wort ein Fehler. Die Verwendung gehe auf Kosten der Verständlichkeit und erschwere die Erlernbarkeit der geschriebenen Sprache, so die Begründung. Die Regeln des Rechtschreibrats sind für die öffentliche Verwaltung verbindlich. Umstritten ist, ob das auch für Schulen gilt. In Hessen will die neue schwarz-rote Koalition in Schulen, aber auch in Universitäten und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Regeln des Rates durchsetzen. Unterdessen haben sich mehrere Germanistikinstitute hessischer Universitäten gegen das angekündigte Genderverbot ausgesprochen. Aus dem Hochschulalltag seien die verschiedenen Formen des Genderns nicht mehr wegzudenken. Eine Studie der Stanford-Universität, geleitet von Christopher Gardner, untersuchte die Auswirkungen einer veganen Ernährung auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. 22 eineiige Zwillingspaare mit ähnlichen Lebensstilen wurden ausgewählt. Einem Zwilling wurde eine vegane Ernährung, dem anderen eine gesunde Mischkost zugeteilt. Beide Diäten waren reich an Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst- und Vollkornprodukten, aber frei von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten. Nach acht Wochen zeigten die Veganer deutlich niedrigere LDL-Cholesterinwerte und Blutzuckerspiegel sowie einen Gewichtsverlust von fast zwei Kilogramm. Ihr nüchternen Insulinspiegel sank um fast 20 Prozent, ein Indikator für ein geringeres Diabetesrisiko. Der LDL-Cholesterinwert verbesserte sich bei Veganern signifikant und bei den Mischkostteilnehmern hingegen nur geringfügig. Gardner betont, dass eine überwiegend pflanzliche Ernährung das Herz-Kreislauf-Risiko durch Reduzierung gesättigter Fette, Erhöhung der Ballaststoffaufnahme und Gewichtsverlust senkt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.